Zwei. Okay, da sieht er uns nämlich. Hoffentlich jetzt nicht mehr. Da kommt der nächste Dogmeat. Du musst jetzt mitkommen. Naja gut, da kommt er. Opfer! Dann gehen wir doch direkt mal von hinten rum an. Hauen ihn in die Rücke. Bam, bitch. Komm. Not dead. Fuck. Und gehen schon mal in die Richtung weiter. Wir werden Argegriffe. Du sagst es. Ich vor allem. Au. Okay, jetzt wird's Zeit. Dogmeat. Ich verschwinde jetzt erstmal im Keller. Damit wir hier die Deckung noch voll ausreizen können. Das wäre immer hilfreich. Ja, das war nix. Dogmeat, ne? So. Sex. Alles klar. Kannst du. Sex. Und. Ah, ist leer. Okay. Scheiße. Dogmeat. Okay, er hat nachgeladen. Das heißt, jetzt kann er nicht mehr schießen. Ich kann ihm nochmal eine reinziehen, bevor wir runtergehen. Das hoffe ich zumindest. Vielleicht stirbt er jetzt. Ah, das wäre wünschenswert. Das wird nicht reichen. Dann wird er uns in die Rücke schießen. Also, das sehe ich schon kommen. Ich sollte ihm eine reinziehen, ja. Oh, das war gut getimed, Alter. Jetzt ist er nämlich tot. Awesome. Okay. Wasserglück habe ich es probiert. Okay, lass Dogmeat in Ruhe. Der Wreck you later, Alter. Was ein Bobby. Jawohl, gib ihm. So, wir gehen jetzt nochmal da runter. Und heilen uns nochmal. Dogmeat wurde nicht getroffen. Aber was nicht ist, kann auch werden. Oder auch nicht. Weil der Typ ist ja voll das Opfer. Was ist mit dir los, du Flasche? Ja. So, wir gehen runter. Und heilen uns erstmal, weil wir es können. Alright. Dogmeat wurde nicht getroffen. Achso, Moment. Quatsch, dahin. Bam. Dogmeat wurde nicht getroffen. Ich heile mich erstmal. Ist gut, dass das so erhalten bleibt, ne. Noch mehr. Obwohl, muss ich mich? Ja, ich sollte mich hier mit Stimpaks heilen, weil sonst die Zeit zu schnell vorbei geht. Und ich glaube, das geht nicht. Klar, noch mehr Heilung. Bitte. Kann man da nicht irgendwie alle mal da reinlegen, ohne ständig nachziehen zu müssen. Irgendwie nicht, ne. 63. Komm, einer noch. Wir haben ja eigentlich genug Kohle gehabt. Äh, so. Mh, mh, mh. 82, da der Keh-Chance mehr. Okay, dann. Der Rippor. Bin mal gespannt, wie viele da noch kommen, ja. Ich meine, das müsste ja die halbe Stadt gewesen sein. Ohne Mist. Wenn ich noch mehr. Wo ist er? Er ist verpisst. Ah, da haut er ab. Okay. Er soll er doch. Wir holen uns den jetzt von From Behind. Ziel im Visier. Aha. Ach, verfehlt, Alter. Ich fasse es mit. Komm, Dogmeat. Gebe ihm. Gebe Miet. Gut, der Anführer ist schon mal weg. Ich meine, das ist eigentlich schon mal ein Vorteil, ne. Boom. Ich bezweifle auch, dass er sich geheilt hat, oder? Naja, zumindest habe ich gehofft, dass er sich nicht geheilt hat. So, und absteche. Ne, geht noch nicht. Okay. Jetzt aber. Boom. Tod. Okay, gut. Kampf verlasse. Jetzt geht's sogar. Jetzt können wir die nämlich erst mal looten. Die armen Säge. Also Ammunition, I'll take. Geld auch sowieso. Hm, alle. Okay. Und dann vielleicht die Rüstung hier, weil die können wir verticken. So, alles klar. Da drin war noch mehr. Ist aber trotzdem die Frage. Die zwei sind noch da. Das ist keiner. Da ist noch einer. Noch einer. Vier. Vier Stück. Theoretisch. Na, werden wir sehen. So, wir befummeln erst mal dich. Was geht ab? Was ist das denn? Wurfmesser? Ne, no need. Und alle, okay. Natürlich. Steampacks. Und die Rüstung zum Vertiggen. Tragekapazität erreicht. Gut. Dann eben nicht. Dann eben nicht, Vertiggen. So, 120. Okay. Alle. Yes. Ah, natürlich. Alle. Okay. Und dann ganzes Geld. So. Okay. Shotgun Shells. Alle. Hm. Shotgun. Kann man nicht mitnehmen. Machen wir später. Das ist Caleb auf jeden Fall. Und dann haben wir dich noch. Befummeln. Alter. Wir haben es echt. Ordentlich stehen besorgt. Und können auch ordentlich Scheiße looten. Ich meine, jetzt mal ohne Scheiß. Hier liegen schon sau viele rum. Lass doch mal die Tür auf. Du Bobby. Du Bobby, Alter. So, rein. Guck mal, wie viele Leichen hier rumliegen. Einfach. Okay. Was ist denn das? What is this? Redaway. Oh, nice. Nuka Cola. Nuka Cola. Der hat auch einen Ripper. Ja, der hat sich ausgerippt. Was Glück habe ich den da gekauft. Ähm. Nächste. Okay. Shotgun Shells. Alle. Hm, hm, hm. Und Money Hair. Alle. Okay. Okay. Dann. Das da. Auch nochmal. Nice. Guck mal. Da muss ich schon wieder komplett raus. Eigentlich. Shotgun Shells. Äh, ja, eine, genau. Alle. Okay. Und das. Ja, alle. Okay. Okay. Okay, gut. Wir haben jetzt natürlich momentan erstmal keine Shotgun. Aber schlecht ist das nicht so. Wir sind eigentlich relativ gut vorbereitet. Das würde bedeuten, wir können an der Stelle jetzt versuchen, die anderen noch auszuschalten. Ah. Ne. Scheiße. Kampf verlasche. Also, jetzt habe ich schon Kampf gestartet gegen niemanden. Sehr geil. So, jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen genauer um. Und schauen mal, dass Dogmeat nicht in Gefahr gerät. Okay, gut. Äh, da ist nichts mehr drin. Dann gehen wir, versuchen wir es von hier. Einfach mal den Kerl hierher zu Pullorn. Ja, von hier besser gesagt. Treff ich den denn? Nicht jetzt an, Kreef, Marela. Ne, von hier schon mal nicht. Ist zu weit weg. Hier kam Verlasche. Da können wir uns auch wieder in Sicherheit bringen. Ja, okay. Alles klar. What the hell? 4 TP. Gut, wir gehen erstmal da rein. Weil da können wir auch runterklettern, ne? Ja. Okay, komm. Dogmeat. Oh, Dogmeat. Du Fötzchen. Ich hoffe, er kommt hierher gerannt, bevor Dogmeat den anderen noch mitholt. Dogmeat. Stop. Stopmeat. Oh, fuck me. Fuck me. Ja, der wird jetzt mitkommen, der andere. Das wollte ich natürlich eigentlich vermeiden. Oh, hat die mir in die Rücke geschossen. Nice. Hm. Ich warte hier. So, jetzt müsste Dogmeat. Aber Dogmeat ja eigentlich mit hier reinkommen. Und es wäre dann auch geschützt. Außer, der wurde schon wieder gar nicht getroffen, was ich ziemlich gut finde. Okay, der kommt jetzt mit. Aber vorher können wir den anderen möglicherweise kalt machen. Wenn man dann trifft. Sonst natürlich eher nicht. Au. Yeah, Dogmeat. Okay, warte mal. Wir klettern. Nach Möglichkeit. Ich will da nicht gucken. Ich will eigentlich, will ich da runterklettern. Guck mal, wir gehen mal hier hin. Geht das? Wüsste. Jawohl. Tschüss. Bitch. Alright. Gut. Verarscht. Und wir gehen wieder hoch. In der Hoffnung, dass wir jetzt natürlich eigentlich geschummelt haben. So sieht's aus. Aber er lebt noch. Gut. Dogmeat reißt jetzt weiter den Arsch auf. I hope. Stierbendlich. Ah, fuck. Uncool. Hat ein Stimpak benutzt. Are you kidding me? 70 Health haben wir noch. Na gut. Er trifft eigentlich nicht wirklich. 70 Prozent. Boom. Vorbei. Ah. Scheiße. Okay. Nicht genug Aktionspunkte. War ja klar. Jetzt hat er schon wieder ein Stimpak benutzt. Au. Na gut. Ich lebe noch. Super. Au. Arsch. Reicht es jetzt? Ja. Okay. Uncool. Aber wir haben ja genug davon. Also. Erstmal hier. Stimpak rein. Stimpak. Und dann. Was ist Stress? Was ist Stress? Es könnte lange dauern, bis wir hier wirklich wieder raus können. Aber gut. Wir haben keine andere Wahl. Okay. Wasserglück gibt es hier die Bunga. Jetzt weiß ich auch warum. By the way. Au. Geht es noch? So. Ich hoffe, du bleibst jetzt auch mal unten. 12 TP. Ja. War super schlecht. War super schlecht. Und dann. Nichts mehr. Au. You dead. Why not dead? Yeah. Dog meat. Ah lol. Opferwache. Boom. Jetzt ist sie tot. Gut. Alles klar. Nächste. Au. Oh. Ein Trefferpunkt. Well, well, well. Na komm her. Blöder Sack. Dauert jetzt bestimmt ab. Obwohl, dog meat könnte es ihm auch nochmal besorgen. Man weiß es nicht. Ich glaube, dog meat ist mir im Weg. So. Kann ich ihn von hier treffen? Nein. Wir müssen noch eins näher ran. Aber dog meat ist im Weg. Damn it. Okay. Jetzt muss dog meat das erledigen. Ja, ist schön, dass ihr ein Ziel habt. Komm, dog meat. Reißen den Arsch auf. Oh man. Es könnte noch ein bisschen dauern. Aber irgendwie wehrt er sich auch gar nicht mehr. Guck mal. Ist er endlich, dog meat. Hast du fein gemacht. Runter. So, dann sind wir hier auch wieder. Erstmal safe. Und müssen die letzten drei da natürlich jetzt noch killen. Can do. So, ich denke auch, dass mit dem HP passt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die anderen hier noch ausschalten. Können. Wir gehen erstmal nach da. Und gucken mal, ob ich A gegriffen werde. Ich glaube es aber nicht. So. Ansonsten hier hinten müsste vielleicht noch einer rumtingeln. Oder? Nein. Okay. Umso besser. Wenn wir da lang. Hier hin. Jetzt könnte es nämlich sein. Da steht einer. Okay. Der hat uns jetzt auch gerade gesehen. Das war ja klar. Du wurdest für elf Trefferpunkte getroffen. Well shit. Okay. Und zurück. Quasi. Okay. Dog meat kam anscheinend nicht hinterher. Hier scheint aber noch jemand Movement zu machen. Ähm. Ah. Das ist Dog meat. Okay. Dog meat. Bleib hier. Ja. Okay. Zwei haben wir jetzt am Arsch. Das heißt, wir könnten eigentlich versuchen. Wirklich schnell. Wieder in die Nähe eines Bunkers zu kommen. Ich glaube, das wäre noch nicht mal das Blödeste. Es sei denn, Dog meat rastet jetzt hier komplett aus. Das kann natürlich sein. Who knows? Ich gehe das Risiko mal ein und warte hier. Obwohl die sehr schnell hier herkommt. Das finde ich natürlich gar nicht mal so gut. Aber theoretisch können wir uns mit zwei Stück anlegen. Nice. Äh. Okay, jetzt kommt er um die Ecke. Jetzt kommt er definitiv um die Ecke. Und die andere dann auch. Okay. Au. Nein, nicht wirklich. So, Dog meat. Mit Glück können wir beide schaffen. Und dann müsste es das theoretisch fast schon gewesen sein. Voll 24 Strefferpunkte in his fucking face. Autsch. Voll daneben getroffen. Was für ein Bob. Komm, wenn der jetzt stirbt. Ah, schade. Das wäre es gewesen. Au. Ohne Schaden. Stimpack. Aber er ist da eingeengt. Ich glaube, der kommt nicht weg. Aber... Ich hoffe, der Stimpack hat dir nicht geholfen. Du armer Sack. Äh. Er lebt immer noch. Shit. Ja, so wird es halt grenzwertig, wenn beide leben. Hat schon wieder ein Stimpack benutzt. Come, Dog meat. Kill that piece of shit. Jetzt habe ich auch noch daneben geschlagen. Autsch. Ohne Schaden. Okay. 54 haben wir noch. Schon wieder ins Stimpack. Alter. Ja, jetzt bleib halt auch mal auf dem Boden. Damit ich nicht einfach nur noch abstechen muss. Nice. Nice. Tschüss. 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 Musik. Untertitelung des ZDF, 2020